Willkommen, Abenteurer und omniplanetarische Reisende. Folgt mir, wenn ihr mithalten könnt. Denn diese Tour auf dem Heimatplaneten von Accelerate geht blitzschnell. Kinezileraner müssen schnell sein, denn ihr Heimatplanet Kinezileraner ist geprägt von tosenden Gewitterstürmen. Dieser mutige Kinezileraner will den traditionsreichen Initiationsritus bestehen. Der Spießrutenlauf für die Rollerbälle, die die Kinezileraner an ihren Füßen tragen. Wenn ihr glaubt, der Kleine sei jetzt schon flott unterwegs, dann wartet mal, bis er diese Gleiter hat. Diese Gleiter sind eigentlich kostbare Perlen der Kilit Molluskarx, aber wie kommen sie an sie ran? Ihr erinnert euch an die Gewitterstürme? Clevere Kinezileraner warten ab und lassen Mutter Natur die Sache erledigen. Geschafft! Mit den Perlen rennen Kinezileraner über 800 Stundenkilometer schnell und können auch noch an Wänden entlang rasen. Das hat sich gelohnt, aber pass auf, dir ist ein Molluskarx auf den Fersen. Lass dich nicht von den Blitzen erwischen, dann schaffst du es rechtzeitig zur Party nach Hause. Wow, das ging echt fix. Weiter geht's.